So, weiter geht es. So, ja. Mal gucken, ob ich das jetzt schaffe. Heck das. Wieso kann ich denn eigentlich... Das war wirklich ein bisschen schlauer. Ich zieh mich hier hinten hin zurück. Ja, Baby. So. Na ja. Geht bei der Luft, Leute! Sie ist zu nah! Bin in Position. Verstanden, Commander. Leite Exfiltration ein. Drei. Zwei. Eins. Zwei. Zwei. Agent Husk. Kommandant an Deck. Rühren. Vision erfolgreich, Commander. Und ohne Verluste. Sie sind also immer noch die Nummer zwei. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Agent Miko. Die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch der Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Kommandant. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion. So, vier Minuten habe ich jetzt gespielt. 25. Macht Spaß. Oh, ich freue mich auch schon aufs Multiplayer. Oh mein Gott. Ich hoffe, das Fliegen hierbei ist so geil wie beim letzten Teil. Oh nein. holen sie mir den in ferne truppen so weiter geht's ich möchte spieler ein ziel direkt voraus wir folgen verstanden bedrohungen es ist vorbei bunker gesichert einfach mal die verkehrte tasten scannen die gegend Feuer frei! Feuer frei! Ich hab euch! Nein, wieso läuft der denn? Ich komm hier lang! Komm! 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 Die Verbellenverstärkung nähert sich! Feuer frei! Alle Ziele neutralisiert! Okay! Ja, Commander! Dann bräuchte ich einen Scanner bitte! Was ist denn das da? Droide! Heck dich rein! Heck dich rein Droide! Was haben wir denn erfahrenes? Wollen wir das nicht gefunden? Scan! Au! Au! Ich pangere! Ich été zu viel zunächst mal. Ich habe die Hände nicht aufgelen! Ich habe die Hände nicht nach dem Azul in die Hände und aufbauen. Das ist ein Schnapp! Du bist die Hände nicht nach. Ich bin wir überhalten. Das sind sie! Verdammt, wo bist du? Sammeln und bereit machen zum Abrütteln. Los, sammeln! Mhm, gib mich! Versichert. Okay, das waren niemals alle. Die Rebellen müssen schon weitergezogen sein. Sollten wir auch. Wir sind bei Plattform 4. Gibt's da einen Shuffle?